In der Anlage für Zwischenprodukte findet eine echte Zukunftstechnologie bereits heute ihre Anwendung in der täglichen Arbeit, die HoloLens. Die HoloLens setzen wir unter anderem im Betrieb direkt ein. Wir können projektierte Rohrleitungen, Apparate auf die HoloLens übertragen, ins Feld gehen, uns diesen Apparat direkt im Feld anschauen, obwohl es ihn noch nicht gibt und können daraus schließen, ob es an der Stelle so in Ordnung ist oder ob wir noch an bestimmten Stellen im Projekt umarbeiten müssen. Also es ist jetzt nicht so, wie man es aus Videospielen kennt, dass man eine virtuelle Umgebung sieht. Ich sehe ganz normal wie durch eine Sonnenbrille, bloß die Teile, die ich noch sehen möchte, die ich drauf gespielt habe, die sehe ich noch dazu. Die HoloLens macht die Planung effizienter, reduziert die Fehlerrate und spart so Zeit und dadurch Kosten ein. Ein Beispiel, das das Potenzial digitalisierter Prozesse bei BASF verdeutlicht. BASF, we create chemistry.